Hier vorne sind diese, genau diese Heidschnucken und die machen genau diese Geräusche, wie viele aus einer Silvesternacht oder durch Zächten Geburtstagsparty oder so oder Diskothekennacht, genau so eine Geräusche machen die. So, ich habe jetzt Heidschnucken Frikadelle mit Kartoffelsalat gekauft. Schmeckt richtig gut. Und guck mal hier, die Sonne, die da strahlt hier rum. Das ist richtig geil. Wir laufen jetzt weiter. Ich bin ein Mischling aus Harnröhre und Natur. Und hier diese ganzen Pferdekutschen, die laufen hier wirklich einen Minutentakt hier rum. Guck mal, guck mal hier, es regnet hier rum. Ich habe hier meinen kaputten, wie heißt das, den Regenponcho angemacht, also diesen Urinfarbigen Regenponcho. Und genauso wie bei den Neonurinfarbigen, hier das Ding hier über meinen Wagen rübergezogen, damit die elektronischen Geräte und Klamotten nicht durchfeuchtet werden. Aber ich glaube, es hört langsam auf.